Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich werde ein bisschen was erzählen über die jüngere Geschichte des gechannelten literarischen Wissens, denn das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin in meiner spirituellen Entwicklung, weil in der Tat ich liebe und liebte immer schon Bücher. Und gerade so manch gechannelte Bücher haben mir einfach trostreiches, wunderbares Wissen geschenkt, das mir persönlich auch im Leben weitergeholfen hat. Und auch da will ich so ein bisschen einfach persönlich erzählen über diese 90er und Nullerjahre und so. Viele von euch haben das auch erlebt. Meine erste persönliche Begegnung mit einem Medium war schon sehr, sehr tiefgehend. Ich will nur kurz erzählen, denn das wissen die meisten von euch schon, dass ich im Alter von 24 Jahren Krebs hatte. Non-Hodgkin-Bild-Lymphom hieß diese Krankheit. Da ging es wirklich um Leben und Tod. Es war eine Notoperation, Chemotherapie begann. Später bin ich aus dem Krankenhaus etwas früher herausgekommen. Und es gab da eine Wendephase, eine Wendezeit, die ich immer als zweite Geburt beschreibe, wo ich in ganz tiefer Enge und Krise und Verzweiflung mich irgendwann ab einem bestimmten Punkt hingegeben habe und gesagt habe, gut, dann möge geschehen, was geschehen soll. Ich lasse es los, ich lasse zu. Dann geschah ein kleines Wunder, weil ich schwebte plötzlich mitten in der Liebe und in der Seinsheit und in der Glückseligkeit. Was Wunderwunderbares. Mich hat dann in dieser Zeit, als ich noch ein paar Wochen weiter im Krankenhaus verblieb, eine Frau besucht, die heilende Kräfte hatte. Die hat auch gesagt, sie ist nie vorher, nie nachher in ein Krankenhaus gegangen, aber da hatte sie einfach den inneren Ruf, dem muss ich jetzt helfen. Und dieser eine war ich. Und sie hat mir die Hände aufgelegt auf den Bauch und es war einfach pure Liebe, was da floss. Es war einfach wunderbar. Dann irgendwann kam ich aus dem Krankenhaus raus, lebte noch eine Weile bei meinen Eltern, weil ich eben auch gar nicht die Möglichkeit hatte, selber für mich zu sorgen. Ich musste wieder laufen lernen und all diese Dinge. Bekam ich eine Einladung. Diese besagte Dame hat mittlerweile angefangen zu channeln und hat eingeladen, dass wir uns alle gemeinsam treffen können, um mit ihr zusammen dieses Wissen zu teilen und auszutauschen. Und es war ein Freundeskreis von gleichgesinnten spirituellen Freunden. Das erste Mal, erlebte ich, wie wunderbar es ist, mit Menschen über Spiritualität zu sprechen, die auch diese Leidenschaft haben. Das war sozusagen vor knapp 30 Jahren. Also das war noch eine völlig andere Zeit. Und es war wirklich sehr, sehr bewegend, sehr berührend, weil diese Frau hat Botschaften empfangen aus der geistigen Welt von Gottvater und von Gottmutter. So hieß es. Und es war ein so berührendes und bewegendes Wissen und wir haben auch Botschaften bekommen für unser persönliches Leben. Ich habe eine Sicht auf ein früheres Leben geschenkt bekommen, dass ich dann verifizieren konnte und mich auch noch mal in tiefe Prozesse geführt hat, weil diese tragischen Dinge, die diese Person im früheren Leben erlebt haben, mussten auch erst mal neu wieder verstanden und gelöst werden. Jedenfalls habe ich da ganz nah, ganz klar erfahren und empfunden, was das bedeuten kann, wenn ein Mensch mit der geistigen Welt in Verbindung ist und Botschaften erhält. Und diese Botschaften und dieses Wissen haben so drei Kriterien erfüllt, wo ich auch heute sage, das muss eigentlich erfüllt sein, damit ich sage, das ist wirklich tolles, hilfreiches, gechannelltes Wissen. Erstens, es muss mir wirklich persönlich konkret im Leben weiterhelfen. Es sollte detailliertes Wissen beinhalten, was uns Menschen hier auf der Erde hilft. Das heißt, es ist zwar ganz schön, was in Atlantis vor hunderte Millionen Jahren passiert ist und was da alles geschehen ist, wenn dieses Wissen aber nicht sozusagen verarbeitet wird und wenn die Erkenntnis daraus nicht in Form von Material und Information uns geliefert wird, von dem wir jetzt noch lernen können, dann ist es einfach nur eine schöne Geschichte, schönes Märchen. Ist auch nichts dagegen zu sagen, okay, aber es geht nicht so in die Tiefe. Dann sollte es eine einfache, eine schöne Sprache haben. Und die dritte Qualität, die kann man nur fühlen, die kann man nur spüren im Herzen. Es ist einfach, als ich in dieser Gruppe zusammensaß mit dieser Frau und dann diese Texte durchkamen, es war so berührend, das Herz ging auf, ich war so wieder in der Liebe, so wie ich es im Krankenhaus erlebt hatte, durfte ich es hier wieder erleben, in Gemeinschaft. Das heißt, diese Schwingungsqualität ist auch nochmal etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und vielleicht noch ein weiteres Kriterium. Wirklich gutes, gechanneltes Material hat einen eigenen Charakter, einen eigenen Stil. Und dieser Stil, dieser Charakter kommt natürlich vielleicht vielleicht auch durch die Person, die das übermittelt, weil diese Person ist sozusagen das Werkzeug. Aber die geistige Instanz, die Wesenheit, ja. Also Kryon, Seed, die Quelle, das hat einfach eine ganz klare eigene Qualität. Alles, was da durchkommt und vermittelt wird von den jeweiligen Medien, stelle ich gleich nochmal genauer vor, du spürst sofort, das ist Kryon, völlig klar. Das ist Seed, ja, völlig klar. Also die haben einfach einen ganz eigenen Charakter und eben auch eine eigene Schwingung, eine Qualität, die das Herz berührt, die unser ganzes Sein berührt. Ja, vielleicht ein weiteres Kriterium, auch ganz wichtig. Es soll natürlich positiv aushelfen, uns im Leben weiterhelfen. Es soll unser Herz öffnen. Nicht so, dass wir vielleicht schweben und, oh, Engel sind ganz schön, obwohl die das wirklich sind, sondern wie gesagt, hier unten in diesem Leben in unserem Körper, wenn wir das Buch lesen, soll uns erheben. Also soll nicht, aber das ist so mein Kriterium, wo ich sagen würde, das ist wirklich, wirklich schönes, gechanneltes Material. Prost, ihr Lieben. Es ist ja live, es ist auch nicht groß geplant. Deswegen erzähle ich einfach so drauf los. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und ich habe mir gedacht, wie stelle ich euch jetzt ein paar Bücher vor. Viele werdet ihr schon kennen. Ich habe hier so ein paar Lieden. Natürlich, wenn wir schon hier über Channeling sprechen und über Medialität und über inspiriert sein, lasse auch ich mich inspirieren und greife jetzt mal ein Buch heraus, ohne zu wissen, was ich daraus lese. Das Buch, was ich jetzt aufgesucht habe, ist dieses hier. Unendliche Liebe, ein wunderschönes Werk von Glenda Green. Damals erschien im Koha Verlag. Da habe ich einen Zettel drin, da habe ich aber nicht vorher rein. Dann schaue ich jetzt mal, was da steht. Da steht. Das Herz ist der eigentliche Mittelpunkt von Ruhe und Frieden, von dem aus die Unendlichkeit wahrgenommen wird. Wenn ein Mensch in die Unendlichkeit schaut, dann aktiviert er alle Potenziale in sich selbst und um sich herum. Er aktiviert die Liebe, die er ist, den einen Geist und die Urteilchen, die die Muster ihrer Existenz unter der Führung des Herzens sammeln. Also, ein schöner Text, der auch eine Botschaft hat. Irgendwo weiß man das schon. Im Herzen findest du die Stille, die Ruhe und Heilung. Und diese kleinen Teilchen, um die geht es in dem Buch, das sind eben in anderen Formen, könnte es Elektronen sein, Lichtteilchen, die natürlich, wenn wir im Herzen sind, wenn wir aus dem Herzen heraus leben, dann sind Lichter um uns herum und wir teilen sie und wir strahlen sie aus. Also all dies geschieht. Also das war jetzt sehr spontan. Ich weiß gar nicht, ob du so viel Deutung von mir wolltest. Deswegen lese ich jetzt einfach mal weiter, ohne viel zu deuten. Ah ja, auch ein Buch. Also es gab so zwei, drei Bücher, die mir in der ersten Zeit unglaublichen Trost und Hilfe geschenkt haben. Und es sind drei Bücher, die ich jetzt hier schon mal dahin, dass ich es nicht vergesse. Da ist zunächst mal Ptah von Yanni King. Yanni King, eine Frau, die eines Tages einfach dem Ptah gechannelt hat. Diese Bücher sind später nochmal rausgekommen im Robert-Beth-Verlag, hier im Ansata-Verlag. Auch daran nehme ich jetzt mal einfach, dass das jetzt, wir schauen mal, was passiert. Also Ptah, was sagt er denn hier? Weißt du, was immer du wahrnimmst, ist, auch wenn du nicht direkt daran beteiligt bist, Teil dessen, was du bist. Sonst existierte es nicht in deiner Wahrnehmung. Nehmen wir zum Beispiel einen Krieg. Manche Leute haben physisch an ihm teilgenommen, während andere Leute in anderen Ländern ihn nicht auf physischer Ebene mitgemacht haben. Und doch ist er in ihrem Bewusstsein und damit Teil ihrer eigenen Erfahrung. Es ist eine andere Erfahrung, aber sie hat ihre Gültigkeit. Es ist ihre Geschichte. Über Verletzlichkeit. Indem du völlig preisgibst, wer du bist. Okay, ich muss früher anfangen. Seht ihr, das ist, wenn man so ganz spontan ist. Verletzlichkeit ist ganz gewiss eine der machtvollsten Positionen in eurem Universum, weil dir nichts wirklich Schaden zufügen kann. Indem du dich völlig preisgibst, wer du bist. Das nennt man einen Glaubensakt. Den Menschen fällt es schwer zu sagen, das ist es, was ich bin. Ihr habt alle große Angst, dass euch jemand nicht liebt, wenn ihr zeigt, wer ihr seid. Und dann wäre der Schmerz so groß, dass ihr sterbt. Aber seht ihr, wenn ihr wirklich zeigt, wer ihr seid, seid ihr unwiderstehlich. Wenn ihr auf diese Weise verletzlich seid, heißt das, dass ihr liebt, was ihr seid. Wow, oder? Diese Botschaft, übermittelt in den 90er Jahren, ist heute mehr denn je aktuell. Ich glaube, heute geht es darum, dass wir wahrhaftige Menschen sehen wollen, die offenen Herzens wirklich in ihrer Klarheit und ihrer Wahrheit, ihrer Mitte stehen und daraus heraus für andere Menschen etwas tun oder einfach nur durch ihre Präsenz ausstrahlen oder die einfach so sind, wie sie sind. Das hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit auch in der spirituellen Szene gewandelt. Also heute verkauft sich ein spirituell gechanneltes Buch nicht, weil ich da jetzt weiß, da lese ich was über Engel-Hierarchien, sondern weil ich weiß, es kommt von Jana Haas, von Vada Hasselmann. Das heißt, die Persönlichkeiten sind heute sehr viel wichtiger geworden und das finde ich sehr, sehr gut. Ein weiteres Buch, was ich liebe, was mich sehr begleitet hat, Gespräche mit Seed, Jane Roberts. Wunderbar. Also Seed ist wieder eine völlig andere Qualität. Seed ist eher so ein bisschen intellektuell. Also er holt uns bei unserem Denken ab. Wir Deutschen sind ja nicht das Volk der Fühler, sondern das Volk der Denker und Dichter. Deswegen müssen wir da abgeholt werden. Ist zwar ein amerikanisches Buch, aber trotzdem mal so für die westlich denkenden Menschen in einer idealen Sprache. Heute ist es vielleicht ein bisschen komplex, kompliziert zu lesen, aber ich finde, damals hat es gerade die etwas intellektuell denkenden, aber spirituell offenen Menschen abgeholt und hat ihnen die Multidimensionalität ihres Bewusstseins vor Augen geführt und hat unter anderem gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir ausreichend schlafen und träumen und dass wir in Träumen auch sehr viel verarbeiten, dass uns überhaupt nicht bewusst ist, wie sehr wir ständig mit allen anderen Welten und Ebenen und Seinsqualitäten in Verbindung sind. Und dieses Buch erinnert immer wieder daran. Und ich war 16 Jahre alt. Ich habe das Buch erstmals in der Hand gehabt. Vielleicht war ich auch 26. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Es tut mir so leid. Ich lebte damals noch bei den Eltern, also kann es nur 16 Jahre alt gewesen sein. Und habe dieses Buch in die Hand genommen, habe wenig Ahnung gehabt von Spiritualität. Das war auch immer sehr weit weg. Habe das Buch gelesen und war erfüllt von einer Liebesenergie. Wow. Ich war so in Flow. Ich musste mich auf den Boden legen, um diese Energie überhaupt aushalten zu können. So ging es mir damals mit diesen Büchern. Jane Morawals ist eine Frau, die eigentlich sich viel auch dagegen gestrebt hat, das zu übermitteln. Aber ein Mensch ist sie hineingewachsen in diese Rolle. Nun, es sind viele Bücher entstanden. Es war sehr, sehr erfolgreich damals. Schauen wir mal, was da jetzt hier seht will, was ich vorlese. So ist es hier aufgeschlagen. Ja, ich lese vor, was ich irgendwie angestrichen habe, weil sonst ist es schon mal ein bisschen vorgewählt, weil sonst ist es nur irgendwelche, so, also. Muss ich irgendwie Sinn haben? Also ich merke, ich wähle schon raus. Dritte Möglichkeit. So. Ich habe es nicht vorher gelesen. Ich lese jetzt diesen Abschnitt. Findet ihr beispielsweise heraus, dass ein Springbrunnen in einem Traum Erfrischung bedeutet, dann könnt ihr, wenn ihr einmal müde und niedergeschlagen seid, einfach an einen Springbrunnen denken. Auf einer anderen Realitätsebene ruft ihr dann natürlich einen ins Dasein. In den behütendsten Bereichen des Schlafes habt ihr es mit Erfahrungen zu tun, die reines Gefühl oder Wissen darstellen und von Worten oder Bildern losgelöst sind. Das erinnert uns daran, dass es zwar wunderbar ist, in Worten und mit Worten abgeholt zu werden, dass aber natürlich die geistige Welt auch in ganz anderen Sprachen zu uns spricht und auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Deswegen ist auch jegliches Form von Channeling nur eine Form, wie wir sozusagen Kontakt aufnehmen können und Informationen erhalten. Aber wir erhalten auch Informationen, wenn wir offenen Herzens durch die Natur gehen und auf die feinen Zeichen achten. Wenn wir es lieben zu malen und zu zeichnen. Also ich ermutige immer da, sehr spielerisch herauszufinden, auf welche Art und Weise zu euch, zu dir die geistige Welt spricht. Und damit kommen wir auf ein Thema, das natürlich auch wichtig ist, mal angesehen zu werden. Nämlich können wir alle channeln? Sind wir alle Medien? Haben wir alles das Potenzial? Sollen wir das jetzt alle lernen? Oder ist das der heilsame Weg? Das waren jetzt drei Fragen in einem. Ich versuche, jede dieser Fragen, die ich von mir gestellt bekommen habe, zu beantworten. Nun, ja, ich würde sagen, und das ist ja auch gar nichts Neues, das haben viele andere auch schon gesagt, jeder hat natürlich das Potenzial zu einer gewissen Medialität. Denn wie sollte es anders sein? Wir alle sind mit dieser Multidimensionalität des Universums verbunden. Es gibt, wie ihr sicher wisst, feinstoffliche Körper, die sogar in diesen Welten schon zu Hause sind oder mit diesen Welten eben auch verbunden sind. Ich denke, je älter eine Seele ist, also da sprechen wir von Seelenaltern, von der Wiedergeburt und von der Sichtweise, dass die Seele von Leben zu Leben sich weiterentwickelt und dann irgendwann eine alte Seele ist mit einem sehr breiten Wissen, einem großen Liebes-Empfängnis- und Gebenspotenzial und auch einer großen Erfahrung und einer gewissen Weitsicht. So eine Person ist natürlich viel bewusster schon mit diesen geistigen Ebenen verbunden, während andere, Entschuldigung, während andere, die vielleicht noch nicht so lange auf diesem Planeten weilen, unbewusst ebenso in dieser Verbindung haben und in schwierigen Situationen auch geführt werden von ihrem Schutzengel oder sie haben plötzlich eine super tolle Idee und wundert sich, wow, was ist das jetzt? Dann war das vielleicht eine Eingebung aus der geistigen Welt. Also wir alle haben das Potenzial, wir alle sind damit verbunden. Um nun ein wirklich gutes Medium zu werden, braucht es aber sicherlich darüber hinaus erstens ein wirkliches Talent und das merkt man ja dann schon, wenn man rumexperimentiert und merkt, wow, da kommen tolle Sachen durch und die anderen freuen sich auch drüber. Also da am besten mal Freunde fragen oder Menschen fragen, die einen nicht so gut kennen, wo man aber weiß, sie sind offen dafür und einfach schauen, wie gefällt euch das? Hat das eine Relevanz? Ist das ein interessantes Wissen? Dann ist man schon auf der richtigen Spur. Dann weiß man, okay, da ist vielleicht ein Talent da. Talent ist das eine. Dann geht es aber darum, ist in meinem Herzen auch diese starke Berufung da? Will ich das wirklich leben? Macht mir das so viel Freude, dass ich das jetzt ausbauen will? Denn, Beispiel, ich habe ein musikalisches Talent, glaube ich. Habe das aber nie groß ausgebaut, weil ich schon ein bisschen für mich auch entscheiden wollte, welche Dinge möchte ich machen und welche nicht. Es kann schon sein, dass er mich irgendwann nochmal ein bisschen singen hört. Das war ja, habe ich in einigen Vorträgen schon mal gemacht. Auch gechannelt, erzähle ich später, was das heißt. Aber ich habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht so meine zentrale Lebensaufgabe in diesem Leben. Das erfüllt mich nicht die ganze Zeit. Wenn ich dann drei Tage hintereinander Musik üben müsste, dann hätte ich schon mal keine Lust mehr. Während ich den ganzen Tag über diese Themen sprechen kann, wie ich das ja auch jetzt mache, da bin ich voll in meiner Lebensaufgabe. Das heißt, Talent gut und schön, aber ist es auch ein tiefer Herzenswunsch, ist hier auch ein Gefühl von Berufung da, dann wunderbar, dann verfolge diesen Weg weiter. Und das Dritte darf man aber wirklich nicht unterschätzen. Und das ist, das ist das tägliche Training. Das ist die wirkliche Erfahrung. Denn ich denke, wirklich gute Medien, die haben eine Zeit, eine jahrzehntelange Zeit der spirituellen Entwicklung und Suche hinter sich, haben sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, haben sehr viel experimentiert. Es gibt zwar einige junge Medien, wo plötzlich zack, dieses Wissen durchkommt und du denkst, boah, was ist das denn? Da kann man jetzt auch sagen, diese Menschen, diese Medien haben sicher in früheren Leben sich schon all diese Fähigkeiten erarbeitet. Aber trotzdem müssen sich auch in diesem Leben wieder diese Sicherheit neu erarbeiten und diese Fähigkeiten ins Bewusstsein einholen und damit arbeiten. Denn so ein Medium ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Da geht es darum, dass man lernt, herauszufinden, was ist meine Stimme? Was ist die Stimme von weit oben? Woher kommt die Information? Wie kann ich sie einordnen? Und das ist schon ein ganz schöner Bereich, wo es viel zu lernen gibt. Ihr könnt auch gerne einen Schluck nehmen. Wir sind ja hier zu Hause. Ich bin vielleicht in eurem Wohnzimmer. Vielleicht habt ihr was zu trinken. Ja, also ich dachte, das könnte ich auch machen, wenn ihr das auch macht. Ja, also ja, Medialität. Und deswegen gibt es meiner Ansicht nach, ebenso wie es in der Heiler-Szene ist oder bei Erwachten und Erleuchteten. Nur ganz wenige, ganz große Meister, die man einfach nur bewundern kann. Es gibt aber dann Menschen, die ein gewisses Erwachen erfahren haben. Menschen, die aus gewissen Ebenen Botschaften empfangen. Und Menschen, die auf bestimmte Art und Weise heilend tätig sein können und anderen Menschen helfen. Das ist wunderbar, diese Vielfalt zu erleben. Und das ist heute noch viel, viel mehr geworden. Und das finde ich großartig. Das ist wunderbar. Dazu möchte ich auch am Ende noch ein bisschen was erzählen über meine Sichtweise der heutigen Zeit, die natürlich eine wahre Wendezeit ist. Das kann man wirklich so sagen. Und das ist wunderbar. Ein drittes Buch, was mich total bewegt und begleitet hat, was ich sehr, sehr liebe, heißt Essener Erinnerungen von Anne und Daniel Merroy-Schivardin. Die meisten Covers, die ihr hier seht, die sind wahrscheinlich so in dem Cover gar nicht mehr zu erhalten. Das war damals der Hugendubel Verlag, ist jetzt der Heine Verlag. Aber ihr könnt das alles googeln. Die sind alle noch erhältlich. Unendliche Liebe, bin ich nicht sicher. Aber Essener Erinnerungen auf jeden Fall. Anne und Daniel Merroy-Schivardin sind, waren, leben mittlerweile getrennt, nun gut, weiß man auch nicht warum, haben aber in ihrer gemeinsamen Zeit einige wunderbare, faszinierende Bücher verfasst. Über damaliges Ägypten, über die Zeit von Jesus, über die Jünger von Jesus, darüber, dass später einige Jünger nach England gegangen sind, was da so passiert ist. Und die beiden haben wieder ganz anders gearbeitet, nämlich einer von den beiden ließ sich von der jeweils anderen, die haben das, glaube ich, abwechselnd gemacht, in Trance führen. Und dann ist es dieser Person gelungen, mit ihrem Astralkörper, mit ihrem geistigen Bewusstsein in die damalige Zeit zu reisen und dort das hautnah mitzuerleben, wie beispielsweise Jesus mit seinen Jüngern und mit den Menschen gesprochen hat. Man kann es nie wissen, ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder sich das doch nur ausgedacht haben. Aber auch da würde ich sagen, wenn das Wissen das Herz berührt, wenn es uns im Leben weiterhilft, wenn es eine Schönheit hat und wenn es eine Schwingung hat, die uns erhebt und wo du merkst, wow, da ist was ganz Besonderes, dann hat das schon eine Qualität. Und dann ist es noch nicht mal so entscheidend, ob es nun tatsächlich Jesus war. Oder Engel Nummer 573, der wiederum Jesus gechannellt hat. Also ich würde es wirklich auch etwas spielerischer sehen, nicht so dogmatisch wie manche. Aber es geht um die Qualität des Textes. Ich liebte dieses Buch und ich liebe es noch immer. Und ihr seht da alles angestrichen, alle Seiten angestrichen. Also das ist, da sieht man schon, also hier rosa. Also herrlich. Jetzt tue ich irgendwann was rosa aus und ich hoffe, das ist schön so. So. Naja, ich mach das mal. Merkt euch vor allem, dass der Meister Jesus an den genannten Orten den ihm anvertrauten Auftrag voll verstand. Er verließ den Kontinent von Ischwar und begann mit einigen seiner alten Lehrern wieder zu wandern. Das Volk, das ihn gerne bei sich behalten hätte, war darüber sehr betrübt. Aber er hätte es zu etwas veranlasst, was er ganz und gar nicht wollte, den bewaffneten Aufstand. Er selbst bestätigte mir, dass seine Worte vom Land Jesse nicht richtig verstanden wurden. Wie ihr wisst, kann dieses Land nur von denen wahrgenommen werden, die jenseits der Worte reisen. Gut, das war jetzt sehr subjektiv. Ein bisschen über seine Geschichte. Ich schaue mal, ob ich irgendwo eine Botschaft von ihm selber noch finde. Da geht es um einen Zauberer. Wo seht ihr Zauberei, meine Brüder? Ihr wolltet eine Antwort und der Vater selbst hat zu euch gesprochen. Dachtet ihr, er wäre so weit weg, dass er euch nicht hören kann? Wahrlich, ich sage euch und mögen diese Worte für immer in eurem Gedächtnis bleiben. An jedem Tag eures Lebens nährt ihr euch von meinem Vater, der auch der eure sein will. Ihr nehmt sein Leben auf. Seid also seine reinsten Tabernakel. Lernt die Liebe zum Ewigen zu verwandeln. Denn er schlummert in dem, wonach ihr verlangt. So werdet ihr das Göttliche erkennen, das in jedem Ding strahlt. Und dies ist der Beginn des wahren Weges. Kennserhaut. Jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und so sind natürlich in den 90er und Nuller Jahren sehr, sehr viele gechannelte Bücher entstanden. Ich möchte mal nur Barbara Makiniak, die Lichtfamilie erwähnen, was auch ein sehr schönes, erfolgreiches Buch war. Eine interessante Person möchte ich euch vorstellen, die in dieser Zeit auch sehr aktiv war und die es immer noch gibt als eine großartige spirituelle Lehrerin und Autorin. Safi Nidiai. Eine Frau, die eigentlich aus dem Sufi-Weg herkommt, also ein Bewusstseinsweg. Die Sufis sind die Mystiker des Islam, kennt ihr sicher. Die aber dann Botschaften aus anderen Ebenen empfangen hat und eine Weile als Channel-Medium unterwegs war und tolle Bücher geschrieben hat. Und dann irgendwann später beschlossen hat, nee, ich will jetzt weiter Wissen weitergeben und den Menschen helfen. Aber ich will wieder mehr durch mich sprechen. Und ich lasse mich inspirieren, wenn also die geistige Welt durch mich spricht und so, dann darf das sein. Aber ich möchte es immer auf meine Weise mit meinen Worten sagen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und das relativiert das Ganze auch. Also, weil ich möchte jetzt auch nicht sozusagen, ich war eine Weile, war ich ja so drauf, alles, was gechannelt ist, ist heiliger und besser, als wenn es irgendein Mensch schreibt. Und so ist es ja nicht, denn wir Menschen sind ja auch mit der geistigen Welt und Gott verbunden. Wir alle sind zugleich göttliche Funken und göttliche Wesenheiten. Und wir selbst, wenn wir offenen Herzens zu einem Menschen irgendwas erzählen, was uns gerade einfällt, das ist dann vielleicht auch schon gechannelt. Und deswegen finde ich diesen Weg ganz spannend. Also sie hat auch nie gesagt, das, was ich gechannelt habe, war jetzt nicht so gut von der Qualität, sondern sie hat sich dann einfach für einen anderen Weg entschieden. Und hat dann die körperzentrierte Herzensarbeit ins Leben gerufen und weitere schöne Bücher geschrieben. Sie hat wirklich tolle Sachen gemacht. Und was ich jetzt hier kurz vorstellen möchte, ist aus meiner Ansicht sensationell und seiner Zeit absolut voraus und deswegen natürlich auch noch gar nicht richtig wahrgenommen worden. Dieses Buch hier, Führung durch Intuition, ist ein Buch, was sie zusammengeschrieben hat mit drei Unternehmern, unter anderem Franz Theo Gottwald, der die Schweißfurt Stiftung sozusagen geleitet und ins Leben gerufen hat. Und hier hat sie wirklich als Medium geschaut, was kommen für Botschaften durch. Und die Manager und Unternehmer haben gefragt, wie geht ganzheitliches Unternehmertum? Was können wir tun? Wie können wir unsere Welt verändern? Und das geschah schon im Jahre 1997. Wir sind heute noch nicht so weit. Es ist kein weiteres Buch dieser Qualität erschienen. Hoffentlich und bald wird eine Zeit kommen, in der immer mehr solche wunderbaren Kommunikationen stattfinden zwischen Medien und Wissenschaftlern und Journalisten und Psychologen. Wow, was wäre das für eine tolle Qualität, wenn so eine Zusammenarbeit immer mehr geschieht. Das wird irgendwann kommen. Bis dahin fühlen sich viele mediale Menschen allein auf ihrem Feld und unverstanden und das ist manchmal auch nicht so einfach, fühlen sich belächelt. Das kann man erklären mit unterschiedlichen Seelenaltern, mit unterschiedlichen Menschen. Jeder Mensch ist anders. Man kann nicht jeden Menschen für diese Geistigwelt öffnen, wenn er einfach die seelische Reife noch gar nicht hat. Oder wenn seine Seelenaufgabe ganz woanders hingeht und er einfach sich vorgenommen hat, jetzt hier mal in der Materie gewisse Dinge umzusetzen und sich gar nicht ablenken lassen zu wollen. Das ist legitim. Wer soll das beurteilen? Also deswegen, das macht die Sache immer so kompliziert. Wir leben in einer Welt mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und Seelen und das ist doch eigentlich auch gut und das ist das Wunder der Vielfältigkeit. Ja, Führung durch Intuition heißt das Buch und ich lese jetzt einfach mal spontan etwas daraus vor. Schauen wir mal, was passiert. Aber jenseits aller Tricks ist das Mittel zu diesem Zweck, das für alle Menschen leicht zugänglich ist, einfach Begeisterung. Ein Leben, in dem Begeisterung fehlt, schwingt langsam und träge. Wenn du feststellst, dass das bei dir der Fall ist, dann solltest du unbedingt prüfen, wo gibt es in mir ein Potenzial für Begeisterung? Was würde mir Freude machen? Was würde mich begeistern? Wo möchte ich mich wofür einsetzen? Oder sich verlieben, auch das ist Begeisterung, steht hier auch. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, da gibt es sicher auch speziellere Dinge. Ich probiere es nochmal an anderer Stelle. Oh ja, super. Wenn es darum geht, Ideen zu haben und dann ist oft die Angst, wenn ich es Idee habe, muss ich es ja auch umsetzen, muss ich das wirklich selber machen? Die Antwort ist, geht einfach davon aus. Das sind Ideen und diese Ideen trachten danach, sich zu verwirklichen. Sie benutzen euch, um sich zu verwirklichen. Jenseits von Personen gibt es Qualitäten. In gewisser Weise ist nämlich die Qualität das Primäre. Erst dann kommt die Person, die aus diesen Qualitäten geboren wird. Das ist ein Denkansatz, eine Vorstellung, die alles viel leichter macht. Ihr strampelt euch ab, weil ihr denkt, ihr müsst alles tun, ihr müsst für alles sorgen. Ihr seid diejenigen, die alles tun, in Gang setzen. Das ist völlig falsch. Spontan ausgesucht. Das ist also die bunte Welt der Medialität aus den 90er und Nullerjahren, in der ich quasi aufgewachsen bin. Nun leben wir in einer faszinierenden Zeit, in der sehr viele neue mediale Menschen wichtige Botschaften für uns haben. Und das finde ich wirklich ganz großartig. Wir leben in einer nie dagewesenen Wendezeit, in der sich alles verändert, in der zunächst einmal die Menschen konfrontiert werden mit ihren Themen, ihren Ängsten, ihren Herausforderungen, aber auch mit ihren größten Potenzialen, wenn sie das nutzen können. Es ist eine Zeit, in der vermutlich wirklich die Schwingung der Erde auf der einen Seite steigt. Und es ist ja nicht nur die Erde, vielleicht, wie ihr wisst, und davon hat ja auch schon Barbara McKinniack gesprochen und heute viele moderne Medien ebenfalls. Es ist eine Grundenergie, die aus der Quelle der Galaxie kommt, die durch die Sonne uns erreicht und damit nicht nur die Erde, sondern alle Planeten in eine höhere Schwingung versetzt und damit eine große Chance einer weiteren Bewusstseinsentwicklung bietet, die wir auch nutzen können. Das heißt, die Evolution des Universums, des Menschheitsgeistes wie auch des einzelnen Menschen findet statt, sie ist nicht aufzuhalten und das ist immer sehr, sehr tröstend zu wissen, es gibt keinen Schritt zurück. Das gibt es nicht. Auch wenn ihr zwischendurch denkt, oh Mann, ich habe meine Verbindung zum Göttlichen verloren und ich habe alles falsch gemacht. Never ever. Dann ist das so, weil ihr gewisse Dinge vielleicht nochmal erfahren sollt. Und ich muss sagen, genau in dieser Corona-Zeit hatte ich auch echt eine, ich sage es mal auf Deutsch, eine Scheißphase, in der ich eine Weile überhaupt gar nicht angebunden war mit gar nichts. Nur mit mir selber. Und ich wusste aber zugleich zumindest intuitiv, dass es da genau darum gehen sollte, noch mehr einfach mal ganz wieder bei mir anzukommen, ganz mit mir und für mich zu sein. Nein, ich lebte und lebe im Moment noch immer alleine, da war ich noch mehr alleine, es gab keine Kongresse mehr, kein Austauschen, nur ein bisschen telefonieren konnte man. Ich fühlte mich sehr zurückgeworfen und isoliert. Aber es war letztlich heilsam und ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Wir alle wissen nicht, wie es weitergeht, es können weitere bescheuerte Krisen und Katastrophen auf uns zukommen. Aber zugleich melden sich jetzt mehr denn je mediale Menschen, vermitteln uns, jawohl, es ist die Wendezeit, die ihr euch alle erträumt und gewünscht habt. Sie sieht halt jetzt ein bisschen anders aus, als man sich vielleicht vorher gedacht hat. Und aber nutzt die Zeit, nutzt die Zeit. Und mein Herzensrat für diese Zeit ist eigentlich vor allem, werdet immer wacher. Nehmt immer wacher wahr, was geschieht, was um euch geschieht. Nehmt wacher wahr, was geschieht in beide Richtungen. Erstens, was fühle ich? Was ploppt in mir gerade auf? Was tut sich in mir? Welche alten Themen möchten jetzt nochmal angesehen werden? Welche neuen Botschaften kommen durch mich durch? Und fragt, wenn nichts kommt und ihr aber merkt, es brodelt in euch. Fragt, beginnt zu schreiben, zu zeichnen, zu experimentieren. Bitte, ich brauche genauere Informationen, wo geht es hin? Fragt euch selbst, was für ein Mensch wollt ihr sein in der Zukunft? Also werdet total wach gegenüber dem, was jetzt ist. Nicht was früher war oder was später mal sein soll, sondern was hier und jetzt in euch ist. Und erlebt das Abenteuer, euch selbst neu zu erfahren. Und meditiert, wenn es für euch passt. Verbindet euch mit der geistigen Welt. Bittet die geistige Welt um Antworten. Seid wach gegenüber der Außenwelt und nehmt alles wahr, was geschieht. Ihr müsst nicht den ganzen Tag Nachrichten schauen oder nur Viso anschauen oder nur eine Quelle, sich alle Videos reinziehen. Das könnt ihr natürlich schon machen. Aber besser ist es, den vielseitigen Blick zu wahren aus einer entspannten Position heraus im Herzen. Etwas den Überblick zu wahren und zu wissen, all diese Themen, Corona im Besonderen, sind Themen, auf die viele Menschen jetzt stieren, in ihrer Angst und hoffen, da Lösungen zu erfahren. Während, und ich glaube, da seid ihr mit mir eine Meinung, dieses Virus ja nur ein Symbol dieser Wendezeit ist. Das heißt, erinnert euch daran, wir leben in einer globalen, fundamentalen, wunderbaren Wendezeit. Es geht in ein erwachteres Bewusstsein. Es geht in ein hellsichtigeres Miteinander-Verbundensein. Es geht in ein neue Lösungen finden für ein neues Miteinander, um wirklich danach in einer noch schönen Welt leben zu können. Da gibt es auch keine Abkürzung. Also ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, nur noch gechanneltes Material euch anzusehen, wovon in diesen Zeiten schon gesprochen wird und bald werden wir alle Händchen halten, in der fünften Dimension uns wiederfinden. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was zu tun vorher. Das geschieht ja nur, wenn wir die alten Themen aufarbeiten und durchwirken und transformiert haben. In unserem persönlichen Leben, aber auch in der Gesellschaft. Habt den Mut, auch in der Gesellschaft euer Licht zu zeigen und euer Bestes zu geben und wirklich zu wirken. Und miteinander zu überlegen, was können wir Gutes tun hier und jetzt an den Themen, wo ihr gerade damit konfrontiert seid, wo ihr vielleicht wisst, da kann ich was tun, da kann ich helfen. Macht es, geht wirklich in die Praxis. Das war jetzt ein kleiner Appell über diese aktuellen Zeiten. Und das hat vielleicht auch so oberflächlich gar nicht viel mit Channeling zu tun, Aber natürlich schon, denn jegliche Form des Channelings erinnert uns daran, dass wir immer eingebunden sind in eine multidimensionale Welt. Dass wir immer auch Geistführer zur Verfügung haben, dass wir Schutzengel haben. Dass die geistige Welt natürlich bestrebt ist, uns zu helfen, dass wir selber diesen Wandlungsprozess so gut wie möglich vollziehen. Die geistige Welt hält sich immer sehr zurück, denn sie wahrt den Willen des Menschen. Deswegen machen die nichts anstatt uns. Sie sagen uns nur, schaut euch mal um und probiert mal das und lasst euch erinnern an dieses und jenes Herzenswissen. Aber ihr seid es, die eure Welt zu einem Paradies machen könnt. Und ihr könnt dies wirklich tun miteinander. Fangt an. Das heißt, wirklich gutes gechanneltes Wissen hilft uns auch wiederum mehr, in die Selbstverantwortung, in die Eigenverantwortung zu gehen und wirklich offenen Herzens im Hier und Jetzt da zu sein. Deswegen meinte ich dieses Hier und Jetzt wachsam sein. Wow, wirklich wahrnehmen, was jetzt ist in mir, außerhalb mir und dann schauen, was kann ich tun, was kann ich bewirken, wie kann ich helfen. Wie kann ich Menschen helfen, die in ihren Ängsten sind. Und das sind wahrlich sehr, sehr viele Menschen. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Man könnte jetzt noch viel darüber erzählen. Vielleicht noch ein bisschen darüber, was Channeling heißt, was es nicht heißt. Zuletzt wollte ich noch sagen, es gibt immer wieder neue Werke, die mich dann auch begeistern und berühren. Und natürlich sind zum Beispiel im Amra Verlag, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnen, Michael Nagula, leistet mit seinem Verlag natürlich auch eine großartige Arbeit, weil er so viele neue Channel-Medien versammelt und publiziert. Und da sind viele tolle Sachen entstanden. Gary Renard finde ich ganz großartig, der auch wieder nicht im eigentlichen Sinne channelt, sondern der einfach mit geistigen Wesen kommuniziert, die dann in astraler Form erscheinen im Wohnzimmer und mit ihnen spricht dann an. Und zwei davon sind zwei Wesenheiten, die schon in Zeiten von Jesus und Buddha gelebt haben und ihm erzählen und Wissen vermitteln. Alles basiert so ein bisschen auf einem Kurs in Wundern. Auch da gibt es wunderschöne Dinge. Und es gibt viele andere wunderbare Leute und Medien. Also lieben Gruß an all jene, die ich jetzt nicht genannt habe, aber ich wollte vor allem die Zeit in den 90er Jahren beleuchten, weil das so schnell ins Vergessenheit gerät, was da schon alles passiert ist und was es da schon für großartige Werke gab. Zwei Namen will ich trotzdem erwähnen aus der aktuellen Zeit, die mich auch immer wieder sehr begleiten. Warda Hasselmann ist die eine. Sie ist ein Tieftraussmedium, die zusammen mit Frank Schmolke jetzt schon zehn Bücher verfasst hat. Eines über die Seelenalter. Archetypen der Seele ist so die grundsätzliche Lehre über die Struktur der Seelenlandschaft der Menschen. Wunderbares Wissen, was auch sehr, sehr konkret hilft, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Den kann ich also sehr empfehlen. Und die andere, die ich wirklich sehr schätze, ist Bettina Büx mit ihren Regulus-Botschaften. Auch wunderbare Werke in einer modernen Sprache, die das Herz berührt, die schön sind, die erhebend sind, die tief berühren, die einfach wunderbar sind. Mal gucken, ob ich da jetzt schnell was finde. Toll ist, er sagt, wir sind Gott in Menschenhaut. Gott, du bist Gott in Menschenhaut. Ist das nicht goldig? Ansonsten habe ich jetzt hier viel angestrichen, mal sehen, was ich ja was Schönes finde. Ebenso wie Vergangenheit ist Zukunft nichts anderes als das Wissen um die Ewigkeit des Augenblicks. Die Ewigkeit hat keine Richtung. Ewigkeit ist. So wie du dich im Jetzt zentrierst und die dich begrenzenden Erinnerungen der Vergangenheit ebenso loslassen willst wie die Ängste und Befürchtungen der Zukunft, machst du dir selbst ein überwältigendes Geschenk. Du schenkst dir Zeit. So widersprüchlich es sich auch anhören mag, du schenkst dir Lebenszeit. Größeres kannst du dir kaum geben. Diese Verstärkung der bewussten Wahrnehmung deiner Selbst- und deiner Lebensenergie wird deine Lebensqualität maßgeblich beeinflussen und um ein Vielfaches steigern. Wenn du im Jetzt bist, dann bist du immer mit dir selbst im Reinen, denn hier bist du mit deinem Sein in Synchronicität. Du hast weder Alt- noch Neulasten, im Jetzt gibt es nichts anderes als dich selbst. Wenn du im Jetzt bist, folgen dir Vergangenheit und Zukunft, ohne dass du sie tragen musst. Das ist der entscheidende Unterschied. Sie laufen dir sozusagen von selbst hinterher. Die Erfahrungen der Vergangenheit sind ebenso Teil von dir wie deine Zukunftsvisionen. Sie können dir nicht verloren gehen. Doch wenn du im Jetzt bist, sind sie keine belastende Bürde, sondern rhythmusgebende Begleitmusik deines Lebens. Gut, oder? Diese Wahrheit spürt man doch, ja. Und man kann es nochmal lesen und nochmal tiefe Wahrheiten empfangen. Das ist so, was es für mich auch mit heiligen Schriften schon fast gemein hat. Man darf hier nicht vergessen, all diese heiligen Bücher, die Bibel und Koran und wie sie alle heißen, sind ja auch gechannelt, sind ja auch durchgegeben worden von Gott oder von Engeln, wie es oft die Propheten ja auch gesagt haben. Und selbst wenn die Bibel, irgendwie, ich glaube, 70 Jahre nach dem Ableben von Jesus begonnen wurde, aufzuschreiben, dann heißt es ja auch, dass wiederum diese, die es aufgeschrieben haben, die Jünger hatten wir ein bisschen früher angefangen, auch inspiriert waren von Gott, von Jesus, von Engeln. Das heißt auch vielleicht wieder eine Art von Channeling. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass diese Schriften natürlich später aus Machtgründen und falschen Übersetzungen heraus sozusagen immer wieder verdreht und verändert wurden und man heute nicht mehr weiß, was die wahren, reine Worte, reinen Worte waren oder sind. Aber dass es reine Worte sind, das fühlt man auch jetzt noch, wenn man sich einige Texte der Bibel ansieht, vor allem des Neuen Testamentes. Also, es gibt viel Spannendes zu entdecken und es ist auch eine wahre Lebenshilfe. Und ich habe es auch schon mal gesagt, das ist mir auch wichtig zu sagen, gechannelte Literatur ist eine noch zu entdeckende eigene Literaturgattung, die möglicherweise erst in 50 oder 100 Jahren wirklich verstanden und anerkannt wird. Und dann werden, glaube ich, viele dieser alten Werke wieder neu entdeckt werden. Und auf diese Zeit freue ich mich schon. Ich meine, da muss ich halt wieder neu inkarnieren, außer ich werde 150 Jahre alt. Denn ich glaube schon, so schnell wird das alles nicht passieren. Die Entwicklung des Menschheitsgeistes im Allgemeinen geht nur schrittweise voran. Einfach, weil das Durchschnittsalter der Menschheit nur langsam voranschreitet. So wie ich es verstanden habe, werden im Moment keine weiteren Seelengruppierungen ausgeworfen aus dem Göttlichen. So heißt es, glaube ich, sodass wir die Chance haben, jetzt als Menschheit insgesamt uns weiterzuentwickeln. So heißt es nach Vada Hasselmann. Weiß man natürlich nicht, ob es stimmt, aber es fühlt sich richtig an. Also deswegen glaube ich, wir werden uns weiterentwickeln und werden immer mehr auch mit der geistigen Welt offen kommunizieren. Und irgendwann wird man auch in Zeitschriften und Zeitungen darüber lesen können, wenn auch diese Zeitungen dann vielleicht ganz andere Namen haben. Ja. 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 Vielen Dank.